Easy! Das ist gut, aber wir müssen es irgendwie zu halten. Äh... Sarah's Glasses? Damit Usen? Ne, geht nicht, ne? Wir nehmen so ein Ba... Wir nehmen Walker! Ups, ich wollte... Ups, nein, nein, nein! Ich dachte, da bekomme ich... Äh, muss ich mal zusammenreißen können, vor allem... Ja, eben, genau! Vor allem in solchen Situationen, meine ich nämlich auch. Ähm... Versteh ich auch nicht. Das ist so, auch so, sowas, was mich an bestimmten Charakteren anpisst. War richtig. Was? 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 Horn packen! Auf die Hupe! 50 Milliarden Nachrichten... Oh, oh, cool! Oh, cool! Oh! 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 Das wäre so witzig gewesen, wäre die jetzt verschlossen gewesen, die Tür, ne? Clem, hinter dir! In dem Moment dreht sie sich um, ey. Das mit den Knien ist immer geil. Nein, was? Warum ist sie... Warum? Es ist lockt. Dann probiere es etwas anderes. Hey, sind die Leute da drin? Ich glaube, das wird mit ihnen durchgekommen. Ich werde sie wegnehmen. Nur holen wir da drin! Hurry! Noch mal. Yes! Clem ist stark, Alter. Holy fuck. Die Böller hat hart, ey. Clem ist, Clem ist krass. Go, 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 go! Wow. Sarah, please! Who's out there? Luke! Clem? Oh, thank God. Did Nick find you? He made a run for it. Looking for help. I... I... I saw him outside. Look, he was out there. But we took care of him. You know? Fuck. Fuck. When I heard y'all banging through the door, I thought the walkers come to take what's left of us. Luke! Are you alright? I'm, uh... I'm walking. I can't do much else now. Sarah... She's another story. Ah. I don't know what to do about her. What's the matter? You gotta help. Wurde Sarah gebissen? No, wahrscheinlich nicht. Okay. Look, it's Clam. See, it's just like I told you. They're okay. Sarah, come on. We... We have to go now. What's she doing? Can you get up? I don't know what to do. I can't snap her out of it. Okay, I tried to carry her, but I... I guess Carver messed me up pretty good back there. I don't know. It's just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then... While she saw this mobile home made a B-Line right for her. I'm just glad you all are here. Äh, wir müssten... Fangen sie mal los. Ach, und jetzt schreit sie nicht mehr. Ja, ist echt so nett. Dachte ich mir was... ...we're gonna tear this place open pretty soon. We can't stay. So, we gotta get her up or... ...we gotta... ...well, I've been trying. I've been trying for hours. I can barely get her to look at me. Clem? Clem schafft that. Sarah, it's me. Hello. It's me. Hi. Ich dachte, das ist jetzt diese Umarmung, die ich hier schulde. I know how you feel right now. It's one of the worst feelings in the world. Ever since... ...the walkers. So many people I know have died. People I love. And for stupid reasons. Crap, we're surrounded. Sie die Flange zu. What? What about the skylight? Oh, we got. Clem. There's no time. Clem. Listen, Jane might be right. We can't be kids anymore, Sarah. You need to grow up. Or you'll die. There aren't any other choices. Get to the skylight. Now! Come on, I'll boost you. I got... Ah! What's going on back there? My ribs. We're gonna need something to stand on. Luke, get over here. Help me hold this. Clem, see what you can find. Alright. Can we use this? It's not big enough. The fridge. Forget it. That thing ain't budging. Find something else. Ja, wir haben jetzt nur noch das, was ihr da habt. Can we use that? Yeah, that would work. What? Oh, shit. Wie wollen wir das machen? Okay. On three. One, two, three. Okay. Oh, go, 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 go. Ah. Oh, no. Oh, no. Clem, Clem, help her. Help, Jane. Okay, go, go. Keep pushing. Go. Go, 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 go Du hörst? Jetzt, Clementine! Wenn sie nicht gehen, du kannst du sie nicht machen. Du kannst sie nicht machen. Du kannst sie auch nicht aufbauen. Nicht wieder. Schau, ich weiß, was du willst. Und es wird nicht funktionieren. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht! Das ist... Schau dich aus, Sarah. Bitte. Du kannst sie nicht, Clem. We have to go. Believe me. I know about this. Hurry up! Move! Clementine! Grab her! Nein, Jane, oder? Oh, Jane kommt mit. Oh, Gott. Holy fuck! Sarah. Come on! Puh! Puh! Tschüch! Not even close. Nächstes Mal lasse ich dich zurück, Sarah. Holy, ey. Holy fuck moly. The heavy burden. The heavy burden. Achievement. Boah, sie soll einfach sterben. Heiler. Alles klar. Okay. Look, I hate to ask this, but... Are we there yet? We're not far. We're not far. We're not far. Look, Sarah. You can get through this. We both will. But... I'm not okay. Just try. Can you do that? Sie braucht nur ein bisschen Zeit, Clem. Lass sie her be for a bit. Ich weiß nicht über das. Die Art wie sie ist, sie wird Probleme geben. Was ist da passiert? Als wir in da waren, du warst bereit zu helfen, aber dann etwas verändert. Ja, Sarah nervt einfach, okay. Das nächste Mal werde ich sie auch nicht noch mal retten, ey. Wollen wir zu knapp. Ich habe fast Jane verloren, hallo? Ja, ich kann es nicht glauben. Als Sie gesagt haben, ich war die erste auf dem Weg. Ich habe bereits in meinem Kopf gemacht. Luke, du kannst es nicht sagen, es geht weg. Du kannst es nicht sagen, es geht weg. Ich kann es nicht vergessen. Ich habe meine Frau aus vier Ländern. Und jede Nacht, sie sagte, sie nicht zu kommen. So I'd convince her, or push her, or goddamn carry her if I had to. Until this time, walkers cornered us, forced us up to the roof. And when they kept coming, I couldn't make her jump, couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted, and I left her there. Jumped to the next building over by myself. You left your sister? Jane, I'm really sorry. It killed me for a long time. But I finally realized that I'd put her on a forced march through hell, when all she really wanted was for me to let her go. Sarah was that way too. Jane? No regard for her own safety, or ours. I hope I did the right thing. I think you did. Come on, let's get back to your friends. Ich glaube, Luke wurde gebissen. Er verhält sich voll seltsam. Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Er wurde ja von, von Kava, ähm, ein bisschen angeklatscht, sag ich mal. Ist ja irgendwas mit seinen, mit seinen Rippen von Kava oder so. Das hat er auch gesagt. Ich hoffe, es ist kein Biss. Ich will dir die Wahrheit. Ich war nicht für Clem und Jane. Ich weiß nicht, was hätte passieren können. Ich weiß nicht, wenn du bereit bist, wenn du bereit bist. Ich bin einfach glücklich, dass du hier bist. Aber, warte, warte. Wo ist Nick? Uh, Rebecca, how about we, uh, we go for a walk for a minute? My Nick. Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about, too. No. 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 Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er gut ist, wenn du da bist. Ich glaube nicht, dass er eine Minute für ihn selbst braucht. Ich habe ihn gesehen, seit. Ich glaube nicht, dass er gut ist. Ich gehe in da. Danke, Clem. Ich glaube, das wäre gut. Wenn wir woanders hingehen, ne? Ne, okay. Hin. Gehen wir rein. Versuchen mit Kenny zu reden. Das funktioniert, ich weiß es nicht.